so freunde ja erst mal die linse hier sauber machen so ja freunde so ich bin heute mal ein bisschen zur entspannung mit meinem crawler unterwegs hier mit dem really free man schönes wetter hier ein schöner wald und wir werden mal ein bisschen auf tour gehen das richtige gelände für den vorleiter oh hier haben wir schon was hier ist ein schöner baum und da geht es ein bisschen bergauf mal gucken mal gucken was er hier so hinkriegt schön langsam da hochfahren sollte auch kein problem sein so 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 Das war dann perfekt, jetzt ein bisschen holziger, jetzt rippeln und dann gucken, ein bisschen. Nei Nei ja Zu viel Laub Hier haben wir eine kleine Kröte Dann mag er nicht Na gut Dann wird es hier sauber sein Über Stock und über Stein Ich habe kurz geäst auch so viel gegeben Bisschen Wurzeln hier Aber Wurzeln Denk ich mir auch kein Problem Werde so locker drüber Ja, vielleicht kommen wir zu der Stelle Wo ich mit dem Defender Umbau Schon runtergefahren bin Ja, können wir den gleich mal testen Wie der im Vergleich so ist Hier sind wir an den Berg angekommen Mal gucken Oha, der hat sich aber böse verändert Hier Na, dann wollen wir mal schauen Oh, sehr schön Oh, sehr schön Ja, das macht er echt gut Ja, das macht er echt gut Also sagenhaft Wie man sieht, das ist wirklich sehr hoch Da ganz unten, da ist Erster Weg wieder So, die erste Passage hat er schon sehr gut gemeistert Und ich muss aufpassen, dass ich hier nicht mich lang mache Und ich muss aufpassen, dass ich hier nicht mich lang mache Sehr schönes Stück hier Es посмотреть dann das auch hier Ja, das siamo Menschen Das ist auch wichtig Ich nehme hin Von ihnen Und dann Das kommt da zu. Ok, jetzt müssen wir mal gucken, wie wir hier lang tun, ich denke mal da die Strecke wird passierbar. Da wird die Wurzel, sehr schön mit den Achsen arbeiten. Oh! Ja, auch sehr gut gemacht. Also man merkt schon, der krollt ein bisschen besser. Das heißt ein bisschen, also schon deutlich. Ok, nächste Etappe. Schöne sind nicht nur so viele Mücken am Start. So, jetzt kommt hier noch etwas für mich jetzt. Ein bisschen steiler und ein paar Hindernisse. Also stufenmäßig. Schauen wir das mal an. Ja. Sehr, sehr schön. Also ich muss sagen, die Reifen begeistern mich. So, hier ist ein bisschen matschiger. Aber Matsche wollen wir ja auch gerne. Ja. 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 Das sollte aber auch kein Problem sein hier. Ja. 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 Guckt euch das an Leute, ein sehr schönes Bild. Ich weiß zwar nicht, was das alles so stimmt. Ich weiß nicht, was das ist. So, hier geht es schon bergauf und das werden wir mal hier erklimmen. Sehr schön. Also das war jetzt keine kleine Kante. So, hier geht es schon. So, schauen wir mal hier. Hier ist auch was schönes Ruppenliges. So, hier geht es schon. Genau, hier hat der Defender ein bisschen Probleme gehabt. Das werden wir hier mal testen, wie der Freeman hier hochkommt. Bisschen Moos, bisschen Blätter. Aber ich denke mal, das sollte er schaffen. Die kleine Kante da. No problem. Oh, kein Problem. Super. So, mal ein bisschen Bobelpisse hier fahren. So, hier geht es schon. So, hier geht es schon. Das war's. Musik 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 Ja, so Freunde, ja, ich habe ein bisschen die Zeit genossen, entspanntes Crawlern nach dem Speedrun, sieht man auch bei Instagram, Facebook und YouTube in meinen Beiträgen und, ach so, ich gebe wieder ein kleines Quiz und Und zwar, welches Tier begegnete uns am Anfang der Tour? Schreibt es in die Kommentare, ansonsten hier oben rechts links könnt ihr euch noch zwei weitere Videos angucken und, ja, wenn euch das gefallen hat, abonniert meinen Kanal gerne, lasst ein Like da und schreibt gerne was in die Kommentare Ja, dann, schönen Tag noch und bis zum nächsten Mal Tschüssi Musik 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 Musik